Ah, das nächste Geistyhaus! Mal schauen, was für Geistyhaus das Haus gesucht haben. Ah, nice. Ernst der coolen Häuser. Ah, schüchtern. Räucherstäbchen, Geister event. Bewegungssensor. Gib mir ein Zeichen. Ah, Knochen upstairs, ihr bleibt ja keine Kamera mit. Hier ist es kalt, Geister. Du spürst eine Frau, dir ist ständig kalt. Braucht sie zum Konten. Oben, ganz hinten im Badezimmer, Knochen. Hier im Gang, 10 Grad, oder? Ja, es ist 10, dann fragt wir es nicht. Jedenfalls einfach oben. Nein, gerade im Gang. Ja, das ist im Ganggeist. 9. 9,9 hier. Ich nehme die Taste mit. wird's nicht mehr auf dem Tag. 10 Grad. 1,9 hier. 1,9 hier. 11. 2,0 hier. 13. EMS 5 bestätigt. Oh, hoffentlich haben wir einen Revenant. Gib mir Fingerabdrücke. Huch bestätigt. Oh, es könnte Neymouth ein Revenant sein. Gib mir die Fingerabdrücke, dann bin ich happy. Okay. Are you here? Are you close? Are you close? Are you here? Are you close? Are you close? Uh, Footsteps? I have a like a camera. Show us. Thank you, Phil. Are you close? Are you here? Are you old? Yeah, of course. Oh, okay. Vielleicht wird dir mehr... Yeah, aber von welchem Zimmer? Yeah, Revenant. Fingerabdrücke. Wo? Da auf dem... Auf dem Dingster da. Auf dem Spint. Es wird nur noch der Gäste Event. Ja, ich habe mir dann noch irgendwas zur Verteidigung. Was ist ein Revenant? Ja, ist egal, oder? Also, dann habe ich sehr mit dir eine. Okay. Gut. Dann lassen wir uns den Gäste Event zu. Revenant sind ja nicht so gut, oder? Haha. Show yourself. Are you here? Are you close? Scary. Give me a sign. Open the drawer. Er hat sich mal gemacht. Hehehe. Hehehe. Are you... Are you here? Show yourself. Give me a sign. Give me a sign. Give me a sign. Are you here? Drill something. Get out of here. I need to put it in the house. I need to put it in the house. Please. Nice, right? Give me a sign. Are you here? Where are you? Are you close? Are you here? Give me a sign. Wie heißt er? Justin Bieber. Wie heißt er, Dude? Wie heißt er, Daniel Clark? Daniel! Wingsdy. Ein Radcliffe für den Kasten. Die Türen hinter uns gehen gerade auf. Harry Potter, sind Sie hier? Give me a sign. Give me a sign. Daniel! 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 Dani! Dani, wo bist du? Are you here? Wingsdy. Show yourself. Sag dich. Slamm die Tür. Give us a sign. Give us a sign. Wimpy ist bei 15 Prozent. Jetzt kommt die Tür zu. Jetzt kommt der Tür los. Wimpy ist ein Cockrogramm. Wo sind Sie? In Ordnung! Wimpy ist ein Ding. Wimpy! Da sind Sie hier. Wimpy ist ein Einziger. Wimpy ist ein Hecht. 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 Wempi ist unter 10% Beutenschlitz, gehts los! Daniel Craig! Daniel! Oh, falscher Tasten! Lauf Wempi! Lauf, das ist ja Prämenent! Marco! Marco 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 Ich guck mal was geht wieder Negativ. Ich bin Treppe hoch, stande vor mir, haucht mich an, irgendwo will ich gerade handen. Guck mal auf das Bild. Bei mir sieht man den Himmel aus dem Mittel. Ja, bei mir sieht man anscheinend. Aber, ich will gerade sagen, wir haben alle Beweise, hören wir uns in den nächsten Fest, oder? Ja. Ja. Alle eingelogt? Ich bin gelockt. Positiv. Er muss raus, er ist positiv. Danke. Willkommen zurück. Ich habe ein paar Jobs bereit für Sie. Danke.